Es ist die Erfahrung, die Kompetenz, der Erfolg und die Freude, echte Wertigkeit zu vermitteln. Seit über 30 Jahren kümmern wir uns persönlich um die Vermarktung und den Verkauf von Immobilien auf freiwilliger Basis. Als Deutsche Grundstücksauktionen AG arbeiten wir transparent, marktorientiert, fair, zuverlässig und sicher. Mit 100 Mitarbeitern, 8 öffentlich bestellten und vereidigten Auktionatoren und Tochterunternehmen in ganz Deutschland sind wir als Dienstleistungsunternehmen nah an unseren Kunden und den Immobilien. Unsere Auftraggeber sind kommerzielle und private Eigentümer sowie die öffentliche Hand. Die Auktion ist halt ein besonders objektives Verfahren, auch zur Ermittlung eines, zum Beispiel eines Verkehrswertes. Sie ist klar strukturiert, sie geht schnell und es ist eben bedingungsfrei. Das heißt, es gibt keine Nebenabsprachen, die getroffen werden können. Hier spielt nur der höchste Preis eine Rolle und den ermitteln wir objektiv im Auktionsverfahren. Unsere jahrelange Immobilienerfahrung und eine professionelle Organisation schaffen eine sichere Vertrauensbasis. Mit unserem Marketing sorgen wir für eine große öffentliche Wahrnehmung. Internet, Presse, Plakate und ein Katalog, der vierteljährlich an über 60.000 Kaufinteressenten verschickt wird, bewerben die Auktionsimmobilien. Unsere Besichtigungen orientieren sich an den Bedürfnissen aller Interessenten. Eine Verkaufsquote von rund 90 Prozent gibt uns schließlich recht, dass wir am Puls der Zeit sind und die Immobilienmärkte kennen. Doch eines ist eine Auktion wohl immer. Eine persönliche Motivation und überzeugtes Handeln. Egal ob Kapitalanlage oder Selbstnutzungsobjekt. Lachen, Juchzen, Freuen, sich umarmen, ist alles schon dabei gewesen. Ist schon emotional, so ein Objekt zu erwerben. Gerade wenn man so dem hinterherfiebert und sich lange damit beschäftigt hat und dann ja letztendlich nicht weiß, bekomme ich es oder bekomme ich es nicht. Und das sieht man in den Gesichtern ganz oft. Es gibt diesen einen Moment, der unsere Auktionen so besonders macht. Der Augenblick, der entscheidet, ob die Vorarbeit erfolgreich gewesen ist. 170.000 Euro zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch. Wir führen 30 Auktionen jährlich durch und versteigern dabei mehr als 2000 Immobilien aller Art. Wir bieten Internet- und Live-Auktionen mit anschließender notarieller Beurkundung. Ein Angebot, auf das wir stolz sind, weil es den Erfolg unserer Arbeit am besten widerspiegelt.